Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier aus dem Fotografieren für Anfänger Videokurs. Und heute soll es mal darum gehen, wie du deine Kamera richtig einstellst, wie du dich richtig auf ein Shooting vorbereitest. Ob das nun ein Portrait-Fotoshooting ist, ob das ein Landschafts-Fotoshooting ist, was auch immer. Es geht darum, wie stelle ich meine Kamera richtig ein, wie bereite ich mich darauf richtig vor. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Ich habe über die Jahre gelernt. Und zwar habe ich durch Fehler gelernt. Fehler sollte jeder von euch machen. Und es ist wichtig, Fehler zu machen, weil aus Fehlern lernt man tatsächlich am besten. Vielleicht fotografierst du ja auch schon ein bisschen und vielleicht ist es dir auch schon mal passiert, dass du einfach vergessen hast, den Akku aufzuladen. Und dann willst du mit der Kamera los und schaffst es gerade noch so drei Bilder zu machen und dann ist der Akku einfach leer. Tja, hat wahrscheinlich irgendwie schon jeder mal gemacht. Vielleicht ist dir auch schon mal passiert, dass die Speicherkarte voll war und einfach kein Platz mehr drauf war und du hast vergessen, deine Bilder vorher zu sichern. Das sind alles vermeidbare Fehler und das lernt man einfach mit der Zeit. Ich glaube, wenn du diesen Fehler einmal gemacht hast, wirst du dich so sehr darüber ärgern, dass du beim nächsten Mal definitiv dran denken wirst. Und in diesem Video möchte ich dir all das, was ich persönlich schon mal irgendwie gemacht habe an Fehlern, dir einfach mal aufzeigen und dir dann auch am Ende eine kleine Liste mit an die Hand geben. So eine kleine Checkliste einfach, die du immer wieder benutzen kannst, wenn du losgehst. Vielleicht auch am Abend vorher schon alles checken, bevor du fotografieren möchtest, ob alles fertig ist für dein Fotoshooting. Damit eben genau das dann nicht passiert. Und ich würde gerne mal anfangen mit so ein paar generellen Vorbereitungen. Ich habe es ja gerade eben schon erwähnt. Die erste generelle Vorbereitung für mich ist immer Akkus laden. Und zwar, wenn du mehrere Akkus hast, dann auch wirklich die Mehrzahl. Lade alle Akkus auf, damit sie wirklich alle komplett voll sind, damit du dir überhaupt keine Gedanken machen musst, ob irgendwann der Strom nicht mehr ausreicht. Tatsächlich ist es so, wenn du viel mit der Kamera unterwegs bist und auch den Live-View hinten auf dem Bildschirm benutzt, dann braucht so eine Kamera natürlich immer ein bisschen mehr Energie als ohne. Und von daher würde ich dir wirklich empfehlen, auch immer einen Ersatzakku mit dabei zu haben, der auch komplett aufgeladen ist. Die zweite Sache, die du auf jeden Fall machen solltest, und auch da habe ich das gerade eben schon mal angesprochen, Speicherkarten. Speicherkarten leeren, das heißt alles sichern. Das solltest du auch immer nach einem Fotoshooting machen, also wirklich direkt die Speicherkarten wieder frei machen, beziehungsweise die Bilder erstmal auf die Festplatte übertragen, damit die gesichert sind. Und dann auch wirklich die Speicherkarten wieder leer machen, formatieren, damit sie beim nächsten Fotoshooting wieder die volle Kapazität haben. Und nimm dir auch dort wenigstens zwei oder sogar drei Speicherkarten mit, damit du zwischendurch die Speicherkarten auch mal wechseln kannst, wenn sie entweder voll sind oder aber du auch nicht alles auf eine Speicherkarte speichern musst. Falls dann mal tatsächlich eine kaputt gehen sollte, dann ist vielleicht nur ein Drittel des Fotoshootings weg und nicht gleich alles. Das mache ich zum Beispiel ganz gerne bei Hochzeiten. Da wechsle ich zwischendurch immer mal wieder die Speicherkarte aus, weil wenn tatsächlich eine kaputt geht, und jetzt stell dir mal vor, ich fotografiere den ganzen Tag auf eine Speicherkarte und dann geht die kaputt. Dann ist der gesamte Tag weg. Und deswegen versuche ich zwischendurch immer mal wieder die Speicherkarte zu wechseln und so das Risiko zu minimieren. Das heißt, wenn eine Speicherkarte kaputt geht, dann ist vielleicht ein Fünftel oder ein Sechstel des Tages weg, aber eben nicht alles. Das ist auf jeden Fall wichtig für mich, damit ich dort das geringste Risiko wie möglich dabei habe. Dann, was du auch auf jeden Fall vorher noch machen solltest, ist dein Equipment reinigen. Da rede ich zum einen von den Objektiven. Du kannst mit einem Mikrofasertuch zum Beispiel hier vorne deine Linse mal reinigen, dass da wirklich kein Staub drauf ist, dass da keine Schlieren drauf sind und so weiter. Auch generell die ganze Kamera ordentlich immer reinigen, gerade wenn du damit bei Wind und Wetter draußen warst. Also ich bin immer ein großer Freund davon, dass das Equipment wirklich sauber ist. Und da geht es mir auch nicht nur um die Kamera, sondern wenn du auch mit dem Stativ unterwegs bist, vielleicht steht es mal irgendwo in einem See oder im Meer drin, dann ist da Salzwasser dran, vielleicht auch ein bisschen Sand und so weiter. Da ist es immer schön, wenn man, muss nicht nach jedem Shooting sein, aber wenn man vielleicht es einmal im Monat schafft, sein Stativ mal auseinanderzunehmen und mal wirklich alles richtig putzt, damit da auch wirklich nichts in den Gewinden drin ist an Sand und so weiter, was das Stativ auf Dauer kaputt machen würde. Deswegen bin ich immer ein großer Freund davon, auch wirklich das gesamte Equipment nach einem Shooting bzw. vor einem nächsten Shooting dann auch einmal zu reinigen, damit man da wirklich die besten Voraussetzungen hat. Denn nichts ist schlimmer, als wenn du nach einem Shooting feststellst, oh Mann, da war eine richtige Schlier auf dem Objektiv drauf und das sieht man jetzt auch auf dem Bild und das später rauszubekommen, ist relativ schwer. Das ist doch viel einfacher, vorher einmal mit einem Tuch über das Objektiv drüber zu gehen und das Ganze von Anfang an richtig zu machen. Das sind erstmal so die generellen Vorbereitungen, die ich immer treffe vor einem Fotoshooting. Also dein Rucksack komplett dann gepackt mit vollen Akkus, mit leeren Speicherkarten und gereinigtem Equipment. Und jetzt schauen wir uns mal die Kameraeinstellung an, die ich treffe, bevor ich zu einem Shooting fahre bzw. die ich auch gleich nach einem Shooting wieder einstelle. Weil während des Shootings kann ich alles verstellen, wie ich es gerade brauche, aber ich versuche die Kameraeinstellung direkt danach eigentlich wieder so einzustellen, damit ich beim nächsten Mal, wenn ich vielleicht irgendwelche Einstellungen getroffen habe, die nicht alltäglich sind, dass ich die nicht vergesse wieder umzustellen und mich dann beim nächsten Shooting ärgere, oh Mann, das sind ja noch die Einstellungen vom letzten Mal und die hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht. Deswegen stelle ich meine Kamera eigentlich immer so ein, dass sie in den meisten Fällen direkt so einsatzbereit ist. Und nur wenn ich irgendwas ganz Spezielles damit mache, dann kann ich das während des Shootings einmal umstellen. Und das zeige ich dir jetzt mal. Als allererstes stelle ich meine Kamera immer auf den manuellen Modus. Das ist so das, wo ich am meisten mit fotografiere. Es gibt natürlich auch Situationen, wo ich mal im A-Modus oder auch im S-Modus bin, aber meistens fotografiere ich doch im manuellen Modus. Das kann ich dann theoretisch auch nochmal umstellen, wenn ich es anders brauche. Aber ich bin ein großer Freund davon, wirklich kreativ mit der Kamera umzugehen. Und das bedeutet, im manuellen Modus habe ich die meisten Möglichkeiten, kreativ zu werden. Dann gehe ich als nächstes in das Menü hier rein und stelle die Aufnahmebetriebsart auf Einzelbild. Tatsächlich brauche ich keine Serienaufnahme normalerweise und fotografiere eigentlich immer ein Foto. Und wenn ich das mal umstellen sollte, dann kann ich das immer noch tun. Aber die meiste Zeit zu 98 Prozent, sage ich mal, bin ich im Einzelbildmodus drin. Und hier an dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Das, was ich jetzt hier einstelle, bedeutet nicht unbedingt, dass es alles genauso bei dir standardmäßig eingestellt sein muss. Wenn du mehr bewegte Motive fotografierst, dann stell das ruhig standardmäßig auf Serienaufnahme ein. Ist ja überhaupt kein Problem. Das ist nur das, so wie ich es machen würde. Als nächstes drücke ich einmal hier oben auf den ISO-Knopf und stelle den ISO-Wert auf den nativen ISO-Wert wieder zurück. Bei vielen Kameras ist das ISO 100. Bei meiner Kamera ist das zum Beispiel ISO 64. Das kommt immer darauf an, welche Kamera du gerade in der Hand hast. Aber ich stelle auf den kleinsten ISO-Wert wie möglich ein, weil ich damit die beste Bildqualität habe. Den meisten Dynamikumfang. Die Farbwiedergabe ist am detailreichsten und so weiter und so fort. Und wenn ich mehr ISO brauche, dann kann ich das dann während des Fotoshootings dann nochmal erhöhen. Aber grundsätzlich möchte ich persönlich immer mit dem geringsten ISO-Wert wie möglich fotografieren, um eben die optimale Bildqualität zu haben. Kommen wir als nächstes zum Weißabgleich. Denn auch der Weißabgleich, den kann ich ja auch theoretisch, wenn ich im RAW-Format fotografiere, im Nachgang einstellen. Aber ich möchte trotzdem schon während des Fotografierens den Weißabgleich richtig haben. Und in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass ein automatischer Weißabgleich, den die Kamera festlegt, schon ganz gut das widerspiegelt, was man dann am Ende haben möchte, beziehungsweise wie es halt auch in echt aussieht. Es gibt auch hier immer Situationen, wo ich den Weißabgleich manuell ein bisschen nachstelle. Wenn ich Sonnenuntergänge fotografiere, dann mache ich das meistens manuell und drehe das ganze Bild vom Weißabgleich ja schon ein bisschen wärmer, damit das Ganze ein bisschen mehr Richtung Sonnenuntergang geht. Aber grundsätzlich ist der automatische Weißabgleich immer erstmal die erste Wahl. Und das kann ich dann von dort aus dann auch weiter verstellen. Aber grundsätzlich, wenn ich die Kamera aus der Hand lege, steht sie immer erstmal wieder auf automatischem Weißabgleich. Kommen wir als nächstes zur Blendeneinstellung. Und das ist jetzt auch wieder sehr individuell, da möchte ich dir überhaupt nicht vorgeben, wie du das einstellst. Wenn du jemand bist, der gerne sehr offenblendig fotografiert, dann ist das vielleicht eine komplett andere Einstellung als bei mir. Ich bin Landschaftsfotograf. Ich fotografiere das meiste mit einer etwas geschlosseneren Blende, so zwischen Blende 8 und Blende 11 ungefähr. Ich fotografiere aber auch zwischendurch Hochzeiten und da ist das ja schon was ganz anderes wieder, weil Hochzeiten fotografiere ich zum Beispiel auch sehr gerne relativ offenblendig. Aber wenn ich in der Landschaft unterwegs bin, dann bin ich immer so bei Blende 8. Ist eigentlich so meine Standardblende. Und deswegen stelle ich persönlich meine Blende auch am Ende des Shootings immer wieder auf Blende 8. Aber wie gesagt, das ist eine ganz persönliche Einstellung und da musst du einfach für dich gucken, was für einen Stil du verfolgst. Stell es am besten einfach auf die Blende, die du am meisten benutzt. Dann stelle ich tatsächlich den Autofokus immer wieder ein. In der Landschaft bin ich ja oftmals auch im manuellen Modus, aber grundsätzlich stelle ich immer erst mal auf Autofokus. Denn es ist mir tatsächlich schon ein paar Mal vorgekommen, dass ich in der Landschaft unterwegs war. Ich habe den Fokus auf manuell gestellt und habe fotografiert und alles war gut. Und dann bin ich beim nächsten Mal, als ich die Kamera wieder in die Hand genommen habe, eine Hochzeit fotografieren gewesen. Und ich habe es tatsächlich mal geschafft, die ersten 10 oder 20 Bilder aus Versehen im manuellen Modus zu fotografieren. Und ich habe es nicht bemerkt. Die Kamera hat in dem Moment nicht scharf gestellt, aber es war einigermaßen scharf. So vom Abstand her hat es genau gepasst, sodass es einigermaßen scharf durch den Sucher aussah. Aber als ich die Bilder dann gesehen habe, dachte ich, oh, das ist nicht scharf geworden. Und dann habe ich erst gemerkt, oh, ich habe die ganze Zeit im manuellen Fokus fotografiert. Den habe ich dann natürlich noch schnell umstellen können. Aber es ist grundsätzlich so, dass ich seitdem immer erst mal auf den automatischen Fokus wieder stelle. Bedeutet, dass die Kamera für mich automatisch scharf stellt. Und wenn ich dann merke, okay, ich möchte eher in den manuellen Fokus rein, dann stelle ich das einfach noch mal um. Aber grundsätzlich stelle die Kamera immer erst mal auf automatischen Fokus. Wenn wir schon mal im Fokus sind, dann als nächstes auch direkt die Messfeldsteuerung. Auch darüber haben wir ja gesprochen. Die steht bei mir eigentlich immer auf dem Spot-Modus. Das ist so das, was ich am meisten nutze zum Fokussieren und zum Fotografieren. Habe ich ja auch in dem entsprechenden Video schon gesagt. Weil ich ja eigentlich immer einen bestimmten Punkt im Bild haben möchte, auf den ich dann fokussiere. Und so ist es bei mir halt, dass ich im Spot-Modus fotografiere. Auch bei Hochzeiten zum Beispiel. Dann kann ich immer schön auf ein Auge fokussieren. Und die Augen sind ja das, was bei einer Person zum Beispiel mal scharf sein soll. In der Landschaft fokussiere ich sowieso eigentlich eher manuell. Aber wenn ich mit dem Autofokus unterwegs bin, dann eigentlich immer mit der Spot-Messung. Das kann aber natürlich bei dir auch wieder ganz anders sein. Wenn du zum Beispiel viele bewegte Motive fotografierst, ist die Spot-Messung nicht unbedingt das Richtige. Sondern da kannst du dann schauen, ob du dann eher größere Messfelder benutzt. Dann stelle ich den Bildstabilisator immer wieder ein. Denn ich fotografiere auch viel aus der Hand heraus. Und wenn ich dann auf einem Stativ fotografiere in der Landschaft, dann muss ich den natürlich wieder ausstellen. Weil der Bildstabilisator auf einem Stativ nicht sonderlich gut arbeitet. Der probiert dann trotzdem immer irgendwas zu korrigieren. Und meistens wird das Bild dadurch unschärfer. Das heißt, wenn ich auf einem Stativ fotografiere, den Bildstabilisator ausmachen. Aber grundsätzlich, wenn ich mit der Kamera in der Hand unterwegs bin und wirklich aus der Hand fotografiere, ist der Bildstabilisator natürlich super gut. Deswegen ist der standardmäßig an. Und wenn ich dann auf einen Stativ gehe, dann mache ich ihn entsprechend wieder aus. Aber grundsätzlich ist er immer erstmal an. Dann gehen wir weiter in die Belichtungsmessung. Und dort fotografiere ich eigentlich auch zu 99% immer mit der Matrix-Messung. Auch das habe ich ja schon erklärt in dem entsprechenden Video. Aber falls ich die mal umstellen sollte, dann packe ich sie nach dem Shooting eigentlich immer wieder auf Matrix-Steuerung wieder zurück. Also die Belichtungsmessung mit der Matrix-Messung ist da tatsächlich wirklich das Nonplusultra. Für mich zumindest, falls du dort andere Erfahrungen sammelst und mit deiner anderen Belichtungsmessung fotografierst, dann kannst du das natürlich auch standardmäßig auf die wieder zurückstellen. Bei mir ist es, wie gesagt, die Matrix-Messung. Und wenn ich dann mal einen Fall habe, wo ich das anders haben möchte, dann kann ich das entsprechend während des Shootings dann nochmal umstellen. Und zu guter Letzt natürlich kann es auch mal vorkommen, dass du deine Bildqualität änderst. Bedeutet, vielleicht musst du irgendwann zwischendurch mal im JPEG fotografieren und nicht im RAW. Und dann muss man natürlich am Ende auch wieder darauf achten, dass man zurück auf Bildqualität RAW umschaltet. Oder du möchtest vielleicht auch im RAW und JPEG fotografieren. All das ist ja möglich. Aber grundsätzlich denk immer daran, wenn du das irgendwann mal umstellst, dass du es am Ende des Shootings wieder zurückstellst auf RAW-Modus. Hatte ich auch schon, ist mir auch schon vorgekommen, dass ich zwischendurch mal ein Shooting mit JPEG gemacht habe aus verschiedensten Gründen. Ich habe es nicht umgestellt und dann bin ich am nächsten Tag in die Landschaft gefahren, wollte Landschaften fotografieren. Und ich bin wirklich, ich hatte wirklich schöne Fotos und bin dann zurück ins Büro gefahren, wollte die Fotos bearbeiten und habe festgestellt, ich habe jedes einzelne Foto im JPEG-Modus fotografiert. Das war jetzt nicht super schlimm, aber natürlich mit RAW hat man einfach deutlich mehr Möglichkeiten in der Bildbearbeitung. Und die hatte ich dann in dem Moment nicht. Und das hat mich super geärgert, weil ich da einfach noch mehr hätte rausholen können. Deswegen, die Bildqualität stelle einfach immer wieder zurück auf RAW. Und falls du mal nur JPEG fotografieren möchtest, kannst du das ja natürlich entsprechend umstellen. Und ganz wichtig auch noch die Bildgröße. Das ist ja so ein bisschen zusammenhängt damit. Auch immer auf maximale Auflösung. Ich habe zum Beispiel auch ganz oft den Fall, wenn ich Hochzeiten fotografiere, dann reicht mir eigentlich auch die Hälfte der Auflösung. Das ist hier eine Kamera, die hat über 45 Megapixel. Bei einer Hochzeit reichen mir auch 24 Megapixel aus. Und dann stelle ich die meistens auf eine geringere Auflösung, weil das ja, wie gesagt, einfach dann ein bisschen von der Dateigröße auch kleiner wird. Und wir sparen uns ein bisschen Speicherplatz. Aber nach so einer Hochzeit stelle ich das immer wieder auf die maximale Auflösung zurück. Denn gerade in der Landschaftsfotografie möchte ich mit der großen Auflösung arbeiten. Da möchte ich die Bilder groß drucken vielleicht irgendwann mal. Und da ist eine große Auflösung natürlich dann auch förderlich. Deswegen kontrolliere nicht nur die Bildqualität, sondern auch die Bildgröße. Ganz wichtig an dieser Stelle. Das sind also so meine Standardeinstellungen, die ich an der Kamera treffe. Und ich kann dir nur empfehlen, auch da, wie gesagt, die Checkliste immer zu benutzen. Die habe ich dir, wie gesagt, dazugepackt. Und schau einfach, dass die Kamera nach dem Shooting am besten immer schon direkt wieder auf den Standard zurückgestellt wird, falls du irgendwas verstellt hast. Ich schwöre dir, irgendwann, wenn du es mal nicht tun wirst, wirst du dich ärgern. Und ich glaube, dass so eine kleine Checkliste im Rucksack da die beste Lösung ist, damit du auch wirklich immer daran denkst. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich hoffe, dass deine Kameraeinstellungen immer richtig sind. Viel Spaß beim Fotografieren.